In dieser Präsentation geht es um das Thema Domain-Driven Design, die Konzepte und die Herausforderungen. Es stellt sich erstmal die Frage, was ist eigentlich Domain-Driven Design? Und um der Frage nachzugehen, sollten wir uns erstmal überlegen, worum geht es eigentlich bei Softwareentwicklung? Software sollte einen Geschäftswert erzeugen und soll typischerweise Geschäftsprozesse unterstützen. Und die typischen Änderungen, die wir in der Software haben, sind Änderungen an der Geschäftslogik. Deswegen ist es eine gute Idee, die Domäne das Design treiben zu lassen. Wenn wir die Domäne und damit die Fachlichkeit in den Mittelpunkt unserer Architektur stellen, dann können wir das Business am besten unterstützen. Und deswegen ist Domain-Driven Design eigentlich ein guter Name. Es sagt sehr deutlich, worum es denn nun in Wirklichkeit geht. Und wenn wir uns jetzt irgendeine Architektur angucken, diese hier zum Beispiel, dann stellen wir fest, dass da eine ganze Menge an technischen Artefakten sind. Also es gibt hier zum Beispiel einen API-Gateway, es gibt hier einen Data-Fetching-Service und verschiedene andere Dinge. Und das sind sicher irgendwie relevante Architekturentscheidungen, unser System so aufzuteilen. Aber hier stellt sich halt die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt die Domäne? Natürlich sind diese Entscheidungen wichtig, aber wenn es darum geht, wie wir die Domäne aufteilen, dann haben wir hier keine Entscheidung. Und das ist eigentlich das, worum es geht, wenn wir Software bauen wollen, die eben besonders gut das Geschäft unterstützt und deswegen besonders wertvoll ist. Das bedeutet, die erste Herausforderung, die wir haben, ist, wir sollten uns auf die Domäne fokussieren, nicht so sehr auf die Architektur. Und der Vorteil, den wir dadurch generieren, ist, wir haben mehr Geschäftswert und dadurch mehr Erfolg. Und das führt damit zu der Frage, wie viel Technologie benötigen wir denn eigentlich? Und da gibt es diesen Ansatz Domain-Prototyping, der zumindest am Anfang sagt, wir machen halt möglichst wenig, keine Technologieentscheidung ist vielleicht tatsächlich nicht möglich, aber möglichst wenig Technologieentscheidung. Wir sagen halt, wir bauen ein System, das ist Monolith, das ist ein JavaScript-Monolith und wir haben keine Datenbank, wir haben keinen Server, auf dem das Ganze läuft, sondern das läuft einfach im Browser in einer entsprechenden Ablaufumgebung. Und wenn wir das so machen, können wir halt sehr schnell iterieren und können eben Änderungen an der Geschäftslogik einfach durchführen, und dass irgendwelche Technologie dort im Weg steht. Und wir können dann später einen Server oder eine Datenbank dazufügen, wenn wir das eben tatsächlich benötigen. Und der Vorteil ist, dass wir dann diese technische Entscheidung mit mehr Fakten untermauern können. Wir können dann sagen, wir benutzen halt diese Datenbank, eine No-SQL-Document-Store-Datenbank beispielsweise, weil das eben besonders gut auf unsere Datenstrukturen passt, die wir ja in der Fachlichkeit schon identifiziert haben. Oder wir benutzen eine relationale Datenbank, weil die halt besonders gut passt und so weiter und so weiter. Und diese Idee von Domain-Prototyping bedeutet eben, dass wir dort nichts haben, an dem wir arbeiten können, außer der Domain-Logik. Das heißt, diese Spielfelder von Technologieentscheidungen sind halt erstmal komplett weg. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass wir eben schneller iterieren können, sondern wie gesagt, wir können auch Technologien dann einführen, wenn wir sie wirklich benötigen, aber anhand von mehr Informationen. Dazu haben wir in Softwarearchitektur im Stream eine Episode gemacht, Tobias Göschel und ich. Und da geht es genau um diesen Ansatz, den er eben an verschiedenen Stellen schon erfolgreich durchgeführt hat. Könnt ihr gerne reingucken. Und er zeigt das irgendwie nochmal deutlicher. Und zeigt eben auch insbesondere, wie weit man dort gehen kann in Bezug auf, wie viel Technologie benötigt man denn. Wenn man nicht so radikal ist, ist glaube ich ein guter Weg bei jeder Entscheidung, sich erstmal zu fragen, muss ich das eigentlich jetzt entscheiden? Oder kann ich das später entscheiden? Diese Idee von dem Last Responsible Moment. Und erstaunlicherweise an vielen Stellen ist es eben so, dass ich erst sehr spät irgendetwas entscheiden muss. Kommen wir zum nächsten Konzept. Das ist das Thema mit der Core Domain. Und dem liegt zur Basis eine Beobachtung, dass nicht alle Teile des Systems dieselbe Qualität haben werden. Und wenn das so ist, und meiner Ansicht nach ist das eine relativ klare Aussage, die halt nachvollziehbar ist. Wenn das aber so ist, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, wir setzen Prioritäten. Und dann entscheiden wir aktiv, welcher Teil eine hohe Qualität hat und welcher Teil eine nicht so hohe Qualität hat. Oder aber wir sagen, das passiert irgendwie zufallsmäßig. Und ich würde behaupten, es ist auf jeden Fall sinnvoll, Prioritäten zu setzen. Und deswegen definieren wir eben eine Core Domäne. Das ist typischerweise die Motivation des Projekts. Und die hebt uns ab von unseren Mitwettbewerbern. ist also irgendwie zentral. Das sollte etwas Kleines sein. Und wir investieren dort besonders viel Aufwand und vielleicht auch die besten EntwicklerInnen. Wobei ich das etwas kritisch sehe, aber dazu komme ich gleich nochmal. Das Gegenteil, krasse Gegenteil von Core Domains sind die Generic Subdomains. Das sind Sachen, wo wir kein spezialisiertes Wissen haben müssen, die immer noch essentiell sind dafür, dass das System auch tatsächlich funktioniert. Und dort können wir halt zusammenhängende Subdomains identifizieren, die nicht Teil der Motivation des Projekts sind, aber immer noch wichtig. Und hier nochmal ein kurzer Ausflug. Für mich ist halt die prototypische Generic Subdomain sowas wie die Buchhaltung. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man in einem Unternehmen aufgrund der Buchhaltung einen Wettbewerbsvorteil hat. Deswegen ist das wahrscheinlich eine generische Subdomain. Deswegen kann ich zum Beispiel auf die Idee kommen, das in Standardsoftware auszuführen, also gar nicht selber irgendetwas zu entwickeln. Es ist aber trotzdem wichtig, wenn ich die Buchhaltung nicht in Ordnung habe, dann bricht mir eben das Business zusammen und im Extremfall finde ich mich im Gefängnis wieder. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig zu sagen, ich will dort nicht die besten Personen haben. Ich würde sagen, es sind andere Qualitäten, die eine Rolle spielen. Bei den Generic Subdomains ist es vielleicht so etwas wie eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Genauigkeit, aber keine individuelle Anpassbarkeit. Bei den Core Domains ist es vielleicht eher die individuelle Anpassbarkeit. Und dann werde ich eben entsprechende Entscheidungen dort treffen. Und jemand, der jetzt zum Beispiel in der Buchhaltung die SAP Standardsoftware betreut, ist ja nicht weniger gut qualifiziert als jemand, der Individualsoftwareentwicklung im E-Commerce Shop macht, der irgendwie so zentral ist für das Business, womit eben sie sich halt differenzieren. Es ist nur ein anderer Aufgabenbereich und eine andere Fokussierung. Führt zu der Frage, wie identifiziere ich eine Core Domain? Und ich habe hier mitgebracht ebenso etwas wie eine Rechnungslegung, Shipping oder ein Bestellprozess. Und ich würde euch mal darum bitten, kurz darüber nachzudenken, was denn nun in diesem Kontext die Core Domain ist. Also ein E-Commerce System, wir haben die Rechnungslegung, wir haben das, womit wir versenden. Und wir haben außerdem so etwas wie den Bestellprozess. Und naja, also das hängt eben davon ab, wie wir uns am Markt positionieren. Und wir nehmen jetzt mal an, dieser E-Commerce Shop ist dadurch positioniert, besonders gut am Markt, dass sie eben ein sehr zuverlässiges Shipping auf die Reihe bekommen. Das bedeutet, ich kann da irgendwie hingehen und kann sagen, okay, ich bin halt morgen in Berlin, ich brauche halt noch unbedingt folgendes Ersatzteil für meinen Computer. Und die sagen, kein Problem, das schicken wir euch zum Hotel. Da ist um 18, zwischen 18 und 19 Uhr ist jemand garantiert da und gibt es dir. Dann kostet das vielleicht irgendwie 20 oder 30 Euro, das zu verschicken. Aber ich habe es eben sicher. Ich habe es eben auch zu einer späten Zeit. und es funktioniert mit einer hohen Zuverlässigkeit, sodass ich dann eben meinen Laptop reparieren kann oder einen neuen Laptop habe oder was auch immer. So, und wenn das so ist, dann ist die Kerndomäne das Shipping. Und meistens tippen Leute halt auf den Bestellprozess, was nachvollziehbar ist, weil ich dort direkt das Geld reinbekomme. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es geht eben darum, wie wir am Markt mit unseren Wettbewerbern Schritt halten. So, und generische Subdomains wären dann eben sowas wie Invoicing oder Bestellprozess oder eben die Buchhaltung, sodass ich jetzt dort zum Beispiel Standardsoftware benutzen könnte. Ich könnte einfach sagen, Rechnung schreiben, das ist nicht so kompliziert. Das mache ich halt so wie alle anderen auch. Oder vielleicht habe ich einen Standard-E-Commerce-Shop, mit dem ich halt dort umgehe. Sowas kann ich ja auch einfach kaufen und benutze den halt. Das heißt also, unser Fokus wäre jetzt eben auf Shipping. Und hier ist, glaube ich, das erste Mal, wo man eben sagen kann, die Domäne soll das Design treiben. Es geht darum, dass wir die Fachlichkeit einfangen. Und sowas wie eine Core-Domain ist eben keine technische Entscheidung, sondern das ist eine Business-Entscheidung, die eben dementsprechend das Business auch treffen muss. Der Vorteil von diesen Patterns ist, dass wir dadurch die richtige Priorität setzen. Wir wissen halt, dass der Case, den wir dort machen, wenn wir den erfüllen wollen, müssen wir eben auf genau diese Core-Domain eingehen. Die Herausforderung ist, dass das eben an der Geschäftstrategie hängt. Das ist etwas, was so für uns als TechnikerIn ein wichtiger Input ist, aber gleichzeitig auch etwas ist, von dem ich sehr unsicher bin, ob wir es beeinflussen können. Ich habe Bücher geschrieben über das Thema Microservices beispielsweise. Ich mache irgendwie Vorträge wie diesen hier. Das heißt, ich werde eben wahrgenommen als jemand, der über Software-Architektur etwas zu sagen hat. Business-Strategie wahrscheinlich irgendwie nicht so. Und auch aus gutem Grund. Das ist eben nicht meine wirkliche Expertise. So, und jetzt sehen wir mal an, dass ich irgendwie zu einem Kunden gehe und den Kunden halt einfach unschuldig frage, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Projekts? Und dann kommt halt irgendwie zurück, naja, das Ziel ist halt, dass wir in die Cloud wollen. Okay, was ist der Vorteil für Endkunden? Also für die Benutzer eurer Software? Und die Antwort ist, keine Ahnung. Und das führt irgendwie zu der Frage, was ist denn eigentlich der Sinn des Projekts? Wenn ich nicht sagen kann, das ist der klarkommunizierte Kundengewinn, dann weiß ich nicht, wo der Business-Wert ist. Und man kann jetzt sich überlegen, dass da halt doch irgendeiner ist. Es ist vielleicht billiger, das System zu betreiben. Was hat der Kunde davon? Billigere Preise? Okay, hier ist eigentlich etwas versteckt. Hier ist es so, dass eben das Team oder ich auch als Berater mich hinstellen kann und sagen kann, okay, was ist denn nun eigentlich der Business-Wert? Könnt ihr das identifizieren? Welche Möglichkeiten haben wir dort, Vorschläge zu machen und das halt zu beeinflussen? Aber es ist ein kompliziertes Problem, weil auf der einen Seite kann das einen deutlichen Vorteil generieren. Wir können dadurch dafür sorgen, dass unsere Entwicklungsarbeit tatsächlich einen Business-Impact hat. Und egal, wie gut wir technisch sind, wie gut unser System aussieht, wenn wir nicht das richtige Business-Problem lösen, ist das alles eben für die Cuts. Diese Sache, dass man dann eben etwas baut, was tatsächlich für das Business relevant ist, das ist, glaube ich, der wesentliche Vorteil, den man dann dort generieren kann. Auf der anderen Seite kann das etwas sein, was nicht unser Thema ist. Wenn das Projekt halt auf eine bestimmte Art und Weise aufgesetzt ist, dann ist es vielleicht so, dass das etwas ist, was wir nicht beeinflussen können. Und dann hat das Projekt vielleicht keinen Geschäftswert. Und es kann auch sein, dass eben das Unternehmen nicht wirklich eine Geschäftstrategie hat. Sicher hat es irgendwo auf dem Papier irgendetwas stehen darüber, was es eigentlich so tut. Aber das ist vielleicht nicht das, was tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn man halt das versucht runterzubrechen auf, okay, hier ist also die große Vision, hier ist irgendwie die große Geschäftstrategie, was macht unser Projekt in diesem Kontext? Dann ist das vielleicht etwas, was eben gar nicht so richtig funktioniert. Und deswegen ist hier so ein bisschen so ein Problem. Also es gibt halt einen großen Vorteil. Ich kann als Techniker noch so gut sein, wenn ich an Dingen arbeite, die halt geschäftsmäßig keinen Sinn machen, wird das halt nichts bringen. Und das bedeutet, dass ich hier ein hohes Potenzial für Optimierung habe. Auf der anderen Seite ist dort eine Herausforderung, denn die Frage ist halt, ob die Geschäftstrategie wirklich mein Problem ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema mit dem Bounded Context. Und Bounded Context sagt schon, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich um einen beschränkten Kontext. Das heißt also, ich habe hier irgendwelche Grenzen. Und in diesen Grenzen gibt es ein Modell, sprich Code, ausführbarer Code, ist ein Modell der Realität. Wenn ich dort eben sage, ich habe ein Paket, dann ist das ein Paket, was in der Realität auch existiert. Und ich habe dort dann modellhafte Aussagen, die mir zum Beispiel sagen, okay, das Paket ist halt dort oder das Paket kostet halt so und so viel. Das sind Dinge, die halt in der Realität irgendeine Bedeutung haben. So, das andere, was ich in diesem Bounded Context habe, ist eine ubiquitous language, also eine allgegenwärtige Sprache an der Stelle. Eine allgegenwärtige Sprache sind eben die Gesamtheit aller Begriffe. Was ich typischerweise benutze an der Stelle ist, als Beispiel, ist der Taktverstärker. Das ist ein Begriff, den ich in der Münchner S-Bahn aufgehört habe. Und da geht es eben darum, dass man zu bestimmten Stoßzeiten mehr Züge einsetzt. Und das sind eben Taktverstärker. Und das ist ein Teil dieser ubiquitous language, in diesem Fall von der Münchner S-Bahn. Und das ist jetzt etwas, was ich in der Software haben würde. Ich habe dort also vielleicht eine Klasse Taktverstärker oder eine Datenbanktabelle Taktverstärker. Und gleichzeitig etwas, was ich im Gespräch mit den Geschäftsexpertinnen nutzen kann. Also sagen kann, wann fahren denn diese Taktverstärker? Naja, zur Stoßzeit. Das ist zwischen 6 und 9 Uhr. Dann kann ich das halt in den Code packen und so weiter. Und dadurch habe ich keine Übersetzungsleistung. Ich schreibe direkt das hin, was die Business-Expertinnen mir sagen. Was beim Bound in Context noch eine Rolle spielt, ist, dass er typischerweise von einem Team gehandhabt wird. Und so Beispiele sind sowas wie ein Bestellprozess, ein Lieferprozess oder solche Geschichten. So, was bedeutet das jetzt? Ein Bound in Context ist ein Modul. Ich unterteile meine Software damit in grobgranulare Module. Kein Konzept ist so schlecht verstanden, meiner Meinung nach, wie Bound in Context. Und das hängt damit zusammen, dass ich beobachte, wenn man Leuten sagt, hey, baut mal ein System, teilt es halt in Module auf, dass da ganz, ganz viele Diskussionen kommen. Und diese Diskussionen sind nicht so richtig gut strukturiert, finde ich. Da kommen irgendwie solche Sachen wie, ja, Änderungsschwerpunkte oder wie auch immer. Aber eine Idee zu sagen, dass wir halt fachlich zusammengehörige Dinge zusammenpacken, das ist etwas, was zumindest sehr wenig umgesetzt wird. Und das ist aber das, was im Zentrum von Bound in Context steht. Und das ist deswegen erstaunlich, weil diese Aufteilung in Module ist eigentlich Kernaufgabe von Architektur. Haben wir ja vorhin diskutiert. Wir wollen eben insbesondere fachlich unser System aufteilen. Wie machen wir das? Bound in Context sind dort eine Antwort. Aber dieses Konzept ist eben nicht wirklich gut verstanden. Lass uns ein Beispiel machen. Also wir haben zum Beispiel die Rechnungslegung. Was ich jetzt hier sage, ist, dass wir eine fachliche Funktionalität haben, eben die Rechnungslegung. Da kommt eine Bestellung rein und es kommt raus eben eine Rechnung. Die hat ein Rechnungsdatum, eine Rechnungsnummer, Rechnungsadresse, solche Geschichten. Das ist eine Aussage über eine Modularisierung. Ich habe also jetzt gesagt, ich habe ein großes Paket Sourcecode, ein Microservice, ein Java Package, eine Library, das halt so eine Rechnung erstellt. Und das ist eine Strukturierung des Systems, eine fachliche Strukturierung des Systems. Und jetzt kann ich mir die nächste Funktionalität nehmen, also die Berechnung der Mehrwertsteuer beispielsweise, und kann entscheiden, dass diese Berechnung der Mehrwertsteuer mit zu der Rechnungslegung dazugehört. Das heißt also, ich habe diesen großen Berg an Sourcecode und in diesem Berg von Sourcecode ist eben die Mehrwertsteuerberechnung. Ist das etwas, was sinnvoll ist? Ich kann argumentieren, dass das sinnvoll ist, weil eben in der Rechnungslegung diese Mehrwertsteuer drin ist. Ich muss also diese Berechnung dort irgendwie haben. Also packe ich diese beiden Sachen zusammen. Ich kann auch argumentieren, dass das keinen Sinn macht, beispielsweise, weil es halt einfach zu kompliziert ist. Wenn ich mir Mehrwertsteuerberechnungen weltweit angucke, in den USA gibt es sowas zum Beispiel gar nicht, da gibt es eine Sales Tax, in Deutschland ist die Mehrwertsteuer abhängig von den konkreten Produkten, die wir kaufen. In den USA ist es abhängig davon, wo diese Produkte gekauft werden. Und diese Aspekte unter einen Hut zu bringen in einem Modul ist vielleicht nicht sinnvoll. Dann würde ich das in ein getrenntes Modul tun. Das heißt, dann hätte ich halt gesagt, es gibt nicht nur hier eben die Rechnungslegung, sondern es gibt eben auch die Mehrwertsteuerberechnung und die ist irgendwo anders. Und das ist fein. Es wäre erstaunlich, wenn man da jetzt sagen würde, das ist exakt der Weg. Der Punkt ist, dass es immer noch dasselbe Konzept ist. Das Konzept ist, dass wir fachliche Entscheidungen treffen. Und die fachliche Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist, gehört Mehrwertsteuerberechnung und die Rechnungslegung eher zusammen oder sind das eher zwei getrennte Sachen. Darüber können wir jetzt diskutieren und eben anhand der Parameter, über die wir gerade eben gesprochen haben. Aber ich spreche zum Beispiel nicht über Änderungshäufigkeit oder solche Geschichten, sondern ich frage eben, ob diese fachlichen Funktionalitäten zusammengehören. Und ich habe ja auch noch keine technologischen Entscheidungen getroffen. Nehmen wir als nächstes das Tracking. Das Tracking beantwortet die Frage, wo jetzt eine bestimmte Lieferung ist. Fachlich gesehen würde es mich sehr überraschen, wenn dort jemand sagt, ja, das gehört übrigens mit zur Rechnungslegung. Ich würde also behaupten, das ist auf jeden Fall etwas anderes. Es hängt eben damit zusammen, dass die Frage, wo ist dieses Paket und die Frage Rechnung, bezahlt, solche Geschichten, ich sehe nicht so richtig, wo dort der Zusammenhang ist. Ich würde jetzt also dort ein Modul bauen und diesem Modul sage ich halt, hier ist meine Bestellung, Bestellung 42, wo ist denn die? Und dann sagt das Modul halt, da draußen in dem DHL-Laster oder es wird gerade im Lager zusammengestellt oder was auch immer. Und ich habe hier eine zweite Funktionalität, das ist die Funktionalität mit der Lieferung. Die entscheidet jetzt zum Beispiel, dass hier so ein Klicker, der halt, was nicht so billig ist, anders verschickt werden soll als irgendwelche Dinge, die halt sehr billig sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Block Papier, so einen Post-it-Block hier beispielsweise bestelle, dann ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, den packe ich halt im Briefumschlag, schicke ihn halt zu. Wenn der verloren geht, fünf Euro weg, macht keinen Sinn, das Versicherer zu verschicken, während wenn der Klicker weg ist, sind es irgendwie 100 Euro. Nebenan ist eine Waschmaschine, die ist nochmal ganz anders zu verschicken, da muss ich ein Speditur haben, muss vielleicht auch Leute haben, die sie aufsetzen und die alte Waschmaschine wieder mitnehmen. Und diese ganze Entscheidung sind halt in diesem Delivery-Ding drin. So und jetzt kann ich sagen, okay, Delivery, Tracking ist etwas, was vielleicht zusammengehört. Definitiv Delivery und Rechnung, das wird, glaube ich, definitiv getrennt sein. Tracking, Delivery kann man, glaube ich, diskutieren. Und tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen Delivery und Tracking, insofern, als dass Delivery eben das Paket aufmacht. Delivery schaut rein und sagt, da ist ein Klicker drin. Tracking sagt, das ist einfach eine Box. Und da kann man jetzt argumentieren, dass die eben getrennt sein sollen. Auch hier wieder, es gibt eben Grauzonen, das ist genau das, was Softwarearchitektur interessant macht. Man kann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich sage, das ist jetzt irgendwie der Bereich Shipping. Und dann haben wir unten den Shopping-Card, wo wir Sachen reintun können und rausnehmen können. Und das Ding, wo wir die Bestellung anschließend akzeptieren. Und das ist eben dieser Bestellprozess. So, das ist eine Strukturierung der Funktionalitäten. Und so soll meiner Ansicht nach Modularisierung im Allgemeinen funktionieren. Ich definiere, wie Funktionalitäten zusammengehören, in diesem Fall fachliche Funktionalitäten. Und natürlich brauche ich Daten. Und ich würde jetzt sagen, für sowas wie die Rechnungslegung, wenn mir jemand sagt, baue mal ein System für Rechnungslegung, würde ich auf jeden Fall denken, dass ich einen Kunden benötige. Und von dem Kunden brauche ich zum Beispiel sowas wie die Rechnungsadresse. Und ich brauche sowas wie Produkte und von dem brauche ich halt den Preis. Und dann brauche ich sowas wie das Shipping. Da brauche ich auch wieder einen Kunden, weil ich will dem Kunden ja etwas schicken. Und da gibt es eben sowas wie eine Shippingadresse und von dem Produkt gibt es eben die Größe. Und dann gibt es den Bestellprozess. Da interessiert mich vielleicht, welche Präferenzen ich habe, was man mir halt besonders gut verkaufen kann. Und von dem Produkt irgendwelche Marketinginformationen. Das bedeutet, dass ich in diesen braunen Kontexten unterschiedliche Informationen benötige. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, in Wirklichkeit sind das sogar unterschiedliche Dinge, über die wir da reden, die halt gleich heißen. Nehmen wir uns den Kunden, den ich eine Rechnung schicke. Schauen wir uns einen bestimmten Fall an. Also, ich arbeite bei der Firma Swaglab und Swaglab bestellt oder ich bestelle im Namen von Swaglab einen Laptop und möchte den gerne zu mir geschickt haben. Ich wohne in Kaiserslautern. Swaglab hat den Sitz in Hamburg. Das heißt, es wäre irgendwie schlau, wenn das Ding hier nach Kaiserslautern geschickt wird. Dann bedeutet das, dass der Kunde im Sinne der Rechnungslegung die Swaglab GmbH in Hamburg ist. Der Kunde im Sinne des Shippings ist Ebert Wolf in Kaiserslautern. Das bedeutet, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Kunden und so eine Geschichte wie ich ziehe jetzt um, ich Eberhard ziehe um, das sollte halt diese Adresse ändern. Das sollte auf keinen Fall diese Adresse ändern. Eigentlich hat das hiermit überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt also, dass so etwas wie ein Umzug, da kommt ja häufig die Aussage, wenn ich umziehe, muss ja die Adresse übergeändert werden. Nein, Quatsch. Das ist halt tatsächlich etwas Unterschiedliches. Die Rechnungsadresse und die Lieferadresse sind zwei unterschiedliche Dinge und nur weil ich jetzt irgendwo anders hinziehe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich meine Rechnungsadresse ändern muss oder soll. Und das bedeutet eben auch, dass die Kunden unterschiedlich sind. Rechnung SpragLab GmbH für Lieferung der Eberhard in Kaiserslautern. So, und der Vorteil, den wir jetzt hier haben, ist, dass diese Bauern und Kontexte gute grobgranulare Module sind, insofern, als dass sie eine wesentliche Frage beantworten, wie zum Teufel strukturecht die Fachlichkeit. Das ist aber gleichzeitig die Herausforderung. Ich muss eben Module nach Fachlichkeit definieren und das ist halt schwierig, weil es für viele Leute etwas ist, was sie einfach sonst nicht wirklich praktizieren und deswegen ist das, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Wie man baunde Kontexte schneidet und wie man daraus ein Microservices-System bauen kann, das erzähle ich euch gerne in dem eintägigen Microservices-Workshop bei SoCreatori. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich habe ja vorhin argumentiert, dass wir hier den Kunden haben in diesen drei unterschiedlich modernen Kontexten, sondern jetzt sehen wir mal an, ich habe hier irgendein System, was hat glaubt, alles über Kunden zu wissen oder wissen zu wollen und zum Beispiel Customer Relationship Management und das ist etwas, was wir in der Realität antreffen. Es gibt in der Realität Systeme, die eben zum Ziel haben, ein bestimmtes Domänenobjekt zu verwalten. Und das ist jetzt schwierig, weil hier ein offensichtlicher Widerspruch ist. Hier wird halt gesagt, ich weiß Ausschnitte von Kunden, hier wird gesagt, ich weiß alles über den Kunden und das führt zu der Frage, wie man damit umgeht. In der Realität haben wir solche Systeme und es wird nicht möglich sein, sie einfach zu entfernen. Und es bringt ja auch nichts. Also nur das CRM wegzuwerfen, bedeutet, dass halt Funktionalitäten nicht mehr da sind und es ist nicht so auf den ersten Blick erkennbar, warum das vorteilhaft sein sollte. Und deswegen müssen wir da Kompromisse eingehen. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir diese moderne Welt mit der alten Welt koexistieren lassen, also beispielsweise Ausschnitte der Daten replizieren oder in Teilen zumindest den Kunden dann in den verschiedenen neuen Systemen modellieren, statt halt in dem großen System, wo halt alles drin steht. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe dafür auch eine Episode gemacht bei Software-Architektur im Stream, wo es genau um solche Migrationsszenarien geht, nicht nur zu Microservices, sondern eben allgemein zu Domain-Driven Design. So, und das führt zu der Herausforderung, dass wir eben diese Geschichte mit dem Bauern im Kontext nicht überall umsetzen können. Das ist zwar ein zentrales Thema von Domain-Driven Design und es ist auch eines der wichtigen Themen, aber wir werden nicht dazu in der Lage sein, unser gesamtes System, die gesamte Systemlandschaft einer IT-Organisation dementsprechend zu reformieren. Eben Software-Architektur Kickstart lernst du nicht nur, wie man ein System im Bauern-Kontexte aufteilt, sondern auch den Umgang mit Legacy, wenn man Bauern-Kontexte einführen will und auch etwas zu Strategic Design. Es sind vier Sessions über vier Wochen von jeweils vier Stunden. Es ist also gut mit der täglichen Arbeit vereinbar und wir machen ganz viel Praxis. Wir arbeiten an Beispielen diese Themen tatsächlich durch. Ein weiteres Thema, das wir dort auch noch diskutieren, ist das Thema Qualität. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem dieser Trainings treffen. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist Tactical Design. Kompletter Themensprung. Es geht hier ja um Überblick zum Thema Domain-Docent Design. Und Tactical Design sind im Wesentlichen objektorientierte Konzepte, die wir typischerweise in Klassen ausdrücken. Es ist also letztendlich ein Bauchkasten, mit dem wir Geschäftslogik auf Klassenebene strukturieren können. und das ist etwas, was sehr viel Sinn macht, um gute objektorientierte Systeme zu bauen. Ich glaube, das ist eine gute Sprache, mit der wir gerade so geschäftsorientierte, objektorientierte Systeme bauen können. Und im taktischen Design gibt es zum Beispiel sowas wie ein Domain-Event. Es ist irgendetwas passiert, eine Bestellung ist eingegangen. Dort sind jetzt Informationen über dieses Domain-Event drin, in dieser Klasse und damit können wir darüber kommunizieren. Es gibt sowas wie eine Entity. Das ist etwas, was eine Identität hat. Also ich, Ebert Wolf, habe zum Beispiel eine Identität und nur wenn jetzt jemand mit demselben Namen an der selben Adresse wohnt, bedeutet das noch lange nicht, dass es dieselbe Person ist. Das heißt also, ich bin mehr als die Summe meiner Attribute. Ich bin eben Ebert Wolf und bin deswegen eben meine Identität. Wertobjekte hingegen sind tatsächlich nur die Summe ihrer Attribute, nicht? Zwei Euro sind zwei Euro und das ist halt egal, welches zwei-Euro-Stück wir dort haben oder ob wir das halt über Paypal bezahlen oder was weiß ich was, sind eben zwei Euro oder zwei Meter sind eben zwei Meter. Die sind und Längen, die halt identisch sind, sind eben identisch und es gibt beliebig viele Längen, die eben identisch sein können. Aggregates sind dann so komplexere Objekte, die eine Identität haben und zusammengebaut sind aus Entities. Das heißt, sowas wie ein Kunde ist vielleicht ein Aggregate oder sowas wie eine Bestellung und Aggregates haben den Vorteil, dass man dort bestimmte Konsistenzbeziehungen ausdrücken kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass eine Bestellung, die Summe, die dort angezeigt wird, die ist eben genau die Summe der einzelnen Bestellpositionen und dann kann das Aggregate-Root kommen und sagen, okay, wenn ich dort ein Aggregate, wenn ich dort in dem Aggregate etwas ergänze, eine neue Bestellposition einfüge, dann sorge ich dafür, dass die Summe richtig ist und auch die Bestellposition eingefügt wird, sodass das eben dann konsistent ist. Ich habe Factories für die Produktion von komplexen Objekten, wenn ich das nicht einfach über den Konstruktor machen kann. Ich habe Repositories, die geben mir die Illusion, dass ich eben eine Sammlung von ganz vielen Aggregates typischerweise habe. Also ich könnte ein Repository haben, wo ich eben dann alle Bestellungen drin habe. Wahrscheinlich ist dahinter wie eine Datenbank und ich habe Services. Services sind Geschäftslogik, die halt in ein Aggregate-Repository oder sowas nicht reinpasst. Also wo ich zum Beispiel sage, okay, ich will einen Bestellprozess haben, der passt halt nicht, der kümmert sich um Kunden, um Waren und halt um die Bestellung. Das heißt, das passt jetzt nicht in ein Aggregate, also habe ich eben einen Service, der darüber liegt. Der Vorteil von Tactical Design ist, dass das eine gute Guideline ist, um objektorientierte Geschäftssysteme zu bauen. Es ist eben eine Sprache, die halt spezifisch dafür ist, um Systeme zu bauen, die typische Geschäftsprobleme lösen. Und die Episode in Softwarearchitektur im Stream mit Markus Völter zum Thema How to understand almost anything. Dort war die These, eine der wichtigen Thesen, dass eben neben Tactical Design andere Sachen vielleicht sinnvoll sind. Wenn ich zum Beispiel eine CNC-Maschine baue, dann hilft mir das irgendwie wenig, diese Sprache zu benutzen, sondern ich brauche was anderes, weil dort sowas wie Entities oder Repositories nicht die Themen sind. Genauso, wenn ich ein Steuersystem bauen will, dann habe ich halt irgendwelche Steuersätze und Steuern. Das sind keine Entities, Aggregates, beziehungsweise das ist auch nicht das, was dort die wesentlichen Sachen umfasst. Und das, dort gibt es also Alternativen. Ein weiteres Problem, eine weitere Herausforderung ist, dass das lange Zeit fehlininterpretiert worden ist, als der Kern von Domain-Driven Design. Und das ist deswegen problematisch, weil sowas wie Core-Domain oder Bown-in-Context eigentlich einen größeren Impact hat, wenn ich, wäre meine Behauptung zumindest, wenn ich das System einmal sauber strukturiert habe, dann ist das eine architekturelle Aussage, die hat das System insgesamt in einer bestimmten Art und Weise strukturiert. Wenn ich Tactical Design anwende, habe ich zwar ein sauberes, objektorientiertes System, aber das ist eben nichts, was mir, glaube ich, inhaltlich entscheidend in dem Maße weiterhilft, weil ich eben eher auf dieser feingranularen Ebene bin. Also ich würde behaupten, der Impact auf die Geschäftslogik und auf den Geschäftswert ist vielleicht nicht so groß, was nicht bedeutet, tue es nicht. Das bedeutet halt einfach, wenn ich sage, das ist der Kern und ich mache Domain-Driven Design und ich habe Tactical Design gemacht, kein Strategic Design, dann habe ich es wahrscheinlich falsch gemacht. Und da ist eben insbesondere die Herausforderung, dass es eben nicht sagt, dass die Domäne das Design treibt, sondern kann halt sehr sinnlose Dinge damit ausdrücken. Und dann habe ich zwar Tactical Design umgesetzt, aber ich habe eben keinen Business-Wert geschaffen und dort keinen Vorteil generiert. Deswegen vielleicht interessanter das Thema mit dem Strategic Design. Bei Strategic Design gibt es erst mal als einen wesentlichen Begriff Upstream-Downstream. Das heißt, wir nehmen jetzt an, ich habe hier ein Team, das arbeitet an irgendetwas, also zum Beispiel an Delivery und ich habe ein zweites Team, das arbeitet an irgendetwas, also an Order. Und das sind jetzt zwei Bound-Kontexte, an denen jeweils ein Team arbeitet. Offensichtlich benötigt Delivery Daten von Order. Die können keine Lieferung auslösen, wenn sie nicht die Information bekommen, dass es halt irgendeine Bestellung gibt. So, und das bedeutet, dass das Delivery Team vom Order-Team abhängt, um erfolgreich zu sein. Das ist keine Aussage über eine softwaremäßige Abhängigkeit, sondern es geht um den Erfolg des Teams. Ich würde behaupten, das Team Delivery ist dann erfolgreich, wenn es ein Stück Software baut, was eben die Lieferung erfolgreich umsetzen kann. Das Team Bestellung ist dann erfolgreich, wenn es ein Stück Software bauen kann, was eben den Bestellprozess erfolgreich umsetzen kann. Das bedeutet, dass Delivery auf die Zulieferung von Order angewiesen ist. Diese Schnittstelle, die können Sie nicht selber bauen, sondern die muss eben mit Order zusammengebaut werden. Und deswegen gibt es da eben diese Beziehung. Und das heißt eben upstream, downstream, weil Order dafür sorgen kann, dass Delivery ein Problem hat. Und das ist eben analog zu Order, kann eben den Fluss vergiften und Delivery hat dann anschließend das Problem. Das ist ein unumgängliches Ergebnis der Aufteilung im Bauenden Kontext. Wenn ich Bauenden Kontexte habe, komme ich dazu, dass ich diese Art von Abhängigkeiten habe. Ich habe also, welche Bauenden Kontexte, die von anderen Bauenden Kontexten unabhängig sind in diesem Sinne, also in dem Erfolgssinne. Und da kann ich halt nicht einfach sagen, nee, das mache ich halt irgendwie nicht, sondern das ist so. Das kann ich nicht einfach verhindern. Jetzt nehmen wir mal an, dass, so wie ich vorhin schon gesagt hatte, Delivery tatsächlich die Core Domain ist. Und die Core Domain hängt jetzt von Order ab. Und das ist irgendwie nicht so cool, weil es bedeutet, dass jetzt Order den Erfolg meines Projekts, zumindest das Delivery besonders gut ist, verhindern kann. Und Delivery kann nichts tun. Die stehen halt irgendwie da und sagen, okay, ihr liefert uns halt diese Schnittstelle nicht oder diese Schnittstelle ist halt nicht in Ordnung. Und wir können jetzt erstmal nichts tun. Wobei die Lösung eigentlich ein bisschen offensichtlich ist. Was wir tun können ist, dass wir die Prioritäten von Delivery in die Prioritäten von Order einfließen lassen. Das ist dieses Customer-Supplier-Beziehung. Das heißt, wir sagen, Delivery ist ein Customer, ein Kunde für den Zulieferer Order. Und dadurch kann Delivery jetzt sagen, wir hätten gerne dieses Feature. So, und das ist eben diese Customer-Supplier-Beziehung. Und dort würden wir jetzt verhandeln und die Aufgaben klar bekommen. Das heißt also, was passiert ist, dass jemand von Delivery, vielleicht der Product Owner hingeht und sagt, zu dem Order-Product Owner, könnt ihr das für uns liefern? Und daraufhin sagt der Order-Product Owner, naja, wir haben halt noch andere Anforderungen aus anderen Kontexten. Außerdem müssen wir halt auch für unsere Kunden, die halt den Bestellprozess direkt benutzen, Dinge umsetzen. Vielleicht schaffen wir das im nächsten Sprint. Und dann sagt der Customer, also Delivery, ja, nächster Sprint ist fein oder eben auch nicht. Und dann gibt es eben eine Diskussion darüber. So, und dieses Pattern funktioniert also so, dass eben in diesem Fall der Customer-Delivery die Prioritäten an den Supplier-Order wiedergibt. Und dann gibt es eben diesen kollaborativen Prozess, wo man über die Aufgaben diskutiert und schaut, dass man die irgendwie einschedulieren kann. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Man kann es auch anders machen. Man kann sagen, es ist ein Konformist. Und der Konformist, der folgt einfach dem Upstream-Team. Es gibt keine Übersetzung von irgendetwas, es gibt kein Veto-Recht. Vielleicht deswegen, weil das System ein unänderbares Legacy-System ist. Also wir würden ja vielleicht gerne den Delivery-Leuten helfen. Aber die schlichte Realität ist, dass das Order-System ein unwartbarer Moloch ist. Und deswegen müssen wir leider dort einen Kompromiss eingehen und müssen dafür sorgen, dass eben Delivery einfach dem folgt und mit dem lebt, was dort vorhanden ist. Das würde also jetzt bedeuten, dass der Delivery-Prozess dem ein Konformist ist und dem folgt, was Order dort vorgibt. Dazu habe ich vor einiger Zeit eine Episode gemacht bei Software-Architektur am Stream und habe dort mich mit diesen Patterns nochmal beschäftigt. Im Wesentlichen ist es halt spannend, dass wir hier eine interessante Lösung für ein Software-Problem eigentlich haben. Und dazu will ich nochmal eingehen auf diese Frage hier. Also wir haben zwei Repositories in Git und jetzt ist halt die Frage, der Code in diesen beiden Repositories, gehört da einem Customer-Supplier oder gehört da einem Konformist oder vielen irgendwelche Informationen? Also die Frage ist halt, welchen Impact hat dieses Pattern? Irgendeinen Impact muss es haben, sonst würden wir halt ein Pattern haben, was halt einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das ist halt Quatsch. Also irgendwie muss das ja irgendeine Folge haben. Und die erste Frage ist halt so ein bisschen, hat das eine Konsequenz für den Source-Code? Ich würde behaupten, nein. Also wir werden eine Schnittstelle haben, in beiden Fällen. Und irgendwelche Änderungen an dieser Schnittstelle? Da gibt es dann so Varianten, wo man diskutieren kann. Also vielleicht ist es so, dass sich ein Konformist weniger ändert, aber eigentlich steht das nicht im Pattern. Im Pattern steht nur, dass das andere Team dem irgendwie folgt. Und es wird dann schwierig herauszufinden, was denn nun wirklich der Unterschied ist. Meine Behauptung ist, auf Code-Ebene gibt es gar keinen. Und das führt dann zu der Frage, okay, was ist denn eigentlich die Information, die fehlt? Die Information, die fehlt, ist, wie diese Teams miteinander kollaborieren. Das heißt, die Art und Weise, wie ich jetzt eindeutig identifizieren kann, ob ich einen Customer Supplier oder einen Konformist habe, ist, indem ich mich in ein Meeting setze. Und das Customer Supplier Meeting wird so sein, dass der Customer sagt, das hätte ich gerne. Und der Supplier sagt, lass uns darüber reden. Wir haben halt eine gemeinsame Diskussion darüber. Und beim Konformist haben wir das vielleicht nicht. Oder wenn wir es haben, ist es eben so, dass die eine Seite sagt, wir haben übrigens folgende Änderungen gemacht. und viel Spaß damit. Und das bedeutet, bei so einem Meeting würden wir auf jeden Fall sehen, wie diese Teams miteinander kollaborieren. Und ich finde das halt deswegen spannend, weil wir hier so unterschiedliche Domänen haben, in denen Softwareentwicklung eigentlich stattfindet. Also wir haben die Entwicklungsorganisation, die Teams, die irgendwelche Software entwickeln. Wir haben die Domäne und die BenutzerInnen, die definieren, wie die Software auszusehen hat, welche fachliche Probleme sie lösen soll und hat mit der Software tatsächlich fachliche Probleme lösen. Und wir haben die Software selber. Und sowas wie Konformist oder Customer Supplier ist zwar irgendwie ein Softwarearchitekturpattern. Das heißt, man würde glauben, dass es hier die Software beeinflusst, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es eine Aussage ist über die Entwicklungsorganisation. Es sagt, wie diese Teams kollaborieren müssen oder sollen. Das bedeutet, dass wir jetzt durch dieses Strategic Design dazu kommen, dass wir ein Geschäftsziel erreichen können. Wir können eben sagen, Delivery ist wichtig, die bekommen die Unterstützung. Und das können wir, obwohl Delivery abhängig ist von anderen Bauenden Kontexten. Und das wird so sein, weil eben Bauenden Kontexte zusammenhängen. Es sind Module, es sind Teile eines Ganzen. Das kann nur dann funktionieren, wenn diese Sachen eben zusammenhängen. Und damit haben sie eben Abhängigkeiten. Das führt zu der Frage, kann man jetzt eine Customer Supplier Beziehung aufbauen? Und wenn ich diese Frage in Vorträgen stelle, also könnt ihr auch mal kurz drüber nachdenken, kannst du eine solche Beziehung irgendwie aufbauen? Und typischerweise kriege ich in Talks, wenn ich diese Frage stelle, eine Minorität, die sagt, ja, kann ich. Also eine sehr, sehr kleine Minorität. Und diese Minorität sind meistens Leute, die halt so eher Management machen oder Product Owner oder sowas sind. TechnikerInnen haben das Gefühl, dass sie so eine Customer Supplier Beziehung nicht aufbauen können. Und da können wir jetzt drüber diskutieren, warum das so ist. Meine These ist, weil Customer Supplier definiert, wer was tut. Ich sage halt, diese beiden Teams stehen im folgenden Verhältnis zueinander und ich definiere jetzt, wie diese Teams miteinander kollaborieren sollen. Das ist typischerweise nicht das, was wir als ArchitektInnen oder TechnikerInnen definieren, sondern das passiert auf einer anderen Ebene. Das heißt also, wir können jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben hier zwei Teams und hier ist irgendwie ein Manager und dieser Manager entscheidet jetzt, okay, ihr beiden durch die Macht, die mir halt verliehen worden ist und mithilfe von diesem magischen Stab, den ich in der Hand habe, erkläre ich jetzt euch zu Customer und Supplier. Tatsächlich ist das etwas, was die tun können. So, und jetzt können wir mal schauen, ob das halt in der Realität funktioniert. Also der Customer kommt jetzt und sagt, wir brauchen dieses neue Feature und wir brauchen es so schnell wie möglich. Daraufhin sagt der Supplier, es dauert irgendwie drei Monate und wir können halt erst in sechs Monaten damit anfangen. So, dann sagt der Kunde, naja, aber das sollte irgendwie vielleicht ein paar Tage dauern, mehr nicht. Da kann man jetzt übrigens kritisieren, dass typischerweise das Team selber entscheidet, wie lange es dauert und es ist schwer von draußen, das sozusagen zu torpedieren oder eine andere Meinung zu äußern. Aber wir nehmen jetzt an, dass es hier sehr offensichtlich ist, dass eben der Supplier eine völlig unrealistische Vorstellung von dem, wie lange es dauert, kommuniziert, und das einfach nicht machen zu müssen. Und deswegen bleibt der jetzt irgendwie auch auf dieser Abschätzung bestehen. Vielleicht ist es auch so, dass er es nicht weiter erläutert, was ja eben die Glaubwürdigkeit dieser Aussage nicht deutlich untermauert, sondern er sagt halt einfach nicht, drei Monate dauert es halt und wir können erst in sechs Monaten losgehen. Oder wenn jetzt der Customer sagt, aber ich bin ja der Customer, ich habe ja eigentlich das Recht, da etwas einzukippen. Ich habe ja eigentlich das Recht, irgendwie da vernünftig gehört zu werden und eskaliert das Ganze jetzt. Jemand, den schon zitierten Manager, der jetzt dasselbe zu hören bekommt und daraufhin irgendwie sagt, was soll ich denn tun? Ist halt so. Und damit ist der Customer jetzt dem Ganzen ausgeliefert. Ich habe gehört, sowas passiert tatsächlich in Projekten. Ich würde behaupten, das ist etwas, was wir alle verstehen, Techniker in Architektinnen. Das sind eben diese politischen Spiele, mit denen bestimmte Ziele verfolgt werden, umgesetzt werden. Und das ist eben an einigen Stellen die Art und Weise, wie miteinander gearbeitet wird. Und in diesem Fall ist das halt offensichtlich destruktiv, aber das kann natürlich irgendwie auch konstruktiv sein. Auf jeden Fall ist es so, dass das etwas ist, was in der Realität passieren kann. Und jetzt habe ich zwar theoretisch Customer Supplier, aber in Wirklichkeit irgendwie nicht. Das bedeutet, Manager können tatsächlich sowas aufsetzen. Also die Aussage, ich bin Technikerin, ich bin Architektin, ich kann sowas nicht aufsetzen, das ist in gewisser Weise richtig, aber wir können solche Regeln umgehen. Und wir wissen auch, wie wir das tun. Und wir tun das, glaube ich, auch. Also wenn ein Manager, eine Managerin mich dazu bringen will, irgendetwas zu tun und ich will das nicht, dann lass ich das halt in Vergessenheit geraten. So umgekehrt kann es jetzt sein, dass man sich irgendwie in der Kaffeemaschine trifft. Hattest du dir auch gerade ein bisschen Kaffee? Ja, genau. und die beiden Personen, die wir hier jetzt uns irgendwie anschauen, das sind normale Teammitglieder, keine herausgestellten Personen, sondern irgendwelche Teammitglieder, die kennen sich aber offensichtlich gut. Die waren nämlich gestern gemeinsam auf irgendeiner Fahrradtour und haben das irgendwie offensichtlich beide auch genossen. Und jetzt sagt irgendwie dieses Teammitglied, hör mal, wir brauchen eure Hilfe bei diesem neuen Feature. Und am Ende haben die halt das bekommen, was sie benötigt haben, auf diesem eher informellen Weg. Man hat sich an der Kaffeemaschine getroffen, man hat irgendetwas miteinander diskutiert und am Ende hat man es halt bekommen. Und hier hat niemand jetzt gesagt, dass es eine Customer-Supply-Beziehung ist. Deswegen steht das da oben, diese Frage da oben. Also deswegen bin ich mir eben nicht sicher, ob das eine Customer-Supply-Beziehung ist. Aber de facto läuft das halt so. Und das bedeutet, dass wir hier eine Herausforderung haben. Es ist nämlich nicht so einfach, das zu implementieren, weil das eben etwas ist, was Management zwar im Prinzip entscheiden kann, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Ich habe ganz viele Episoden bei Software-Architecture im Streaming gemacht über dieses Thema Domain-Driven-Design. Und da finden sich viele Hinweise auf diese ganzen Geschichten. Es gibt auch viele Episoden zum Thema Organisation. Da findet man weitere Themen dazu. Und am Ende ist das diese Geschichte mit diesen soziotechnischen Systemen. Und da ist es nochmal wichtig, irgendwie zu sagen, okay, ich habe eben die Software. Ich habe die Entwicklungsorganisation und ich habe eben die Domänen und die Benutzer. Und alle davon ändern sich ständig. Ich habe Leute, die kommen und gehen in die Organisation. Die Software ändert sich. Wir arbeiten an der Software. Und deswegen habe ich da irgendwie diese Kreise eingemalt, weil wir eigentlich iterativ vorgehen. Wir bauen irgendeine Software, liefern sie aus. Die Entwicklungsorganisation arbeitet halt in Iteration. Und wie gesagt, sie ist auch nicht jetzt personell stabil. Und außerdem beeinflussen die sich alle wechselseitig. Das heißt, die Entwicklungsorganisation spricht mit den BenutzerInnen und steht dort in einem Austausch. Die NutzerInnen benutzen die Software und stehen dort in einem Austausch. Und die Entwicklungsorganisation muss natürlich die Software weiterentwickeln, steht also auch in einem Austausch. So, und wenn ich jetzt hier die Entwicklungsorganisation anticke, also zum Beispiel sage, hier ist jetzt eine Customer-Supply-Beziehung, dann weiß ich nicht so genau, was eigentlich aus der Entwicklungsorganisation an der Stelle wird. Ich habe es gerade eben ausführlich besprochen. Es kann eben sein, dass die Entwicklungsorganisation kommt und sagt, das ist uns alles völlig egal. Oder es kann sein, dass die Entwicklungsorganisation sich so verhält, wie ich das gerne hätte, also tatsächlich Customer-Supply-Umsetze. Oder irgendetwas dazwischen passiert nicht. Es passiert vielleicht eingeschränkt irgendetwas oder wie auch immer. Diese Interaktionen sind halt, machen das Ganze noch schwieriger, weil ich habe eben aus Kommunikation zwischen der Entwicklungsorganisation und den BenutzerInnen, Das heißt, wie das jetzt in der Wechselwirkung aussieht, ist irgendwie schwer zu sagen. Nicht nur speziell auf Customer-Supplyer, sondern auch allgemein. Die Organisation, die halt die Software benutzt, kann jetzt irgendwie sagen, diese Customer-Supply-Beziehung passt uns nicht. Ist aber allgemein eben dabei, die Entwicklungsorganisation zu beeinflussen. Sie ist eben die Quelle des Business-Cases und der Anforderungen. Und dann gibt es irgendwie noch die Software, die sich halt irgendwie dort anpasst. Und das bedeutet, dass wir jetzt im Prinzip irgendwo was anticken und sagen, hier ist eine Customer-Supplyer-Beziehung. Und wir haben neben der Entwicklungsorganisation die AnwenderInnen und die Domäne und die Software und die interagieren alle miteinander. Und wir glauben jetzt, dass dadurch, dass sich jemand hinstellt und sagt, das ist jetzt Customer-Supplyer, wir damit eine klar benannte Regel haben, die dafür sorgt, dass hier irgendein Effekt entsteht. Und ich halte das für, wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich relativ naiv. Denn es sind eben mehrere komplizierte Dinge, die da miteinander interagieren. Und da können eben irgendwelche Sachen bei rauskommen. Da jetzt, wenn wir zu glauben, dass wir das halt streng deterministisch machen können, passt irgendwie nicht. Das ist was anderes als bei Software. Bei Software können wir halt einen Pattern hinschreiben. Customer-Supplyer ist ja auch ein Pattern. Es gibt andere Patterns. Wir haben zum Beispiel gesprochen über sowas wie ein Aggregate. Und in der Software können wir das umsetzen. Und das ist halt klar umgesetzt. Und das hat einen klaren Effekt. Das ist halt eine, weil sich Software eben deterministisch fällt. Aber hier ist es sehr offen, ob wir wirklich dadurch, dass wir sagen, Customer-Supplyer das Ergebnis erzielen, das wir erzielen wollen. Das bedeutet, wir können eigentlich nur schauen, dass wir etwas tun, also tatsächlich das anticken und dann schauen, ob dabei irgendein Effekt entsteht und uns dann gegebenenfalls anders verhalten. Das heißt also, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, wir machen diese Customer-Supplyer-Beziehung und wir stellen fest, das funktioniert in Wirklichkeit nicht, müssen wir uns halt irgendetwas überlegen. und wenn wir tatsächlich dieses Problem haben, was der Manager dort hatte, dann werden wir es nicht dadurch lösen, dass wir sagen, es ist dabei eine Customer-Supplyer-Beziehung, sondern ich würde halt darauf tippen, dass da irgendwas in der politischen Gemengelage ist, was halt geklärt werden muss. Irgendwelche kompetitiven Ziele, irgendwelche persönlichen Animositäten und die muss man halt ausräumen, um dort weiterzukommen. Sozio-technische Systeme sind, glaube ich, ein besseres Modul, darüber nachzudenken, was wir so tun. Es hilft uns zu realisieren, dass eben diese Sachen in einer Interaktion zueinander stehen, aber sie verhalten sich anders. Es ist nicht so, dass wir dort einfach sagen können, implementiere diese Pattern und wir sind fertig, sondern es ist eben komplex. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, passieren irgendwelche Dinge, die wir vielleicht auch nicht vorhersehen können. Soviel zum Thema Umsetzung von Strategic Design. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, kollaborative Modellierung. Ein wichtiges Element von kollaborative Modellierung ist Eventstorming. Das ist ein Workshop-Format, mit dem ich komplexe Domänen verstehen kann, von Alberto Brandolini. Darüber gibt es ein Buch und auch einen Beitrag im Blog. Mittlerweile ist es zehn Jahre alt. Und das ist eben ein Mechanismus, mit dem ich solche Sachen verstehen kann. Und jetzt ist halt die Frage, warum mache ich das oder wie funktioniert das? Ich baue eben ein Modell des Business Flows auf, über alle Silos hinweg. Das heißt, ich baue halt tatsächlich hier so ein Business Flow nach, wo ich sage, was passiert über diese verschiedenen Silos hinweg. Wenn wir bei einem E-Commerce-Beispiel bleiben wollen, wäre es eben vielleicht, ich lege eine Ware in den Warenkorb, bis ich habe sie zurückgeschickt. Und dazwischen ist halt, ich habe es bestellt, bezahlt, es ist ausgeliefert worden und ich habe es eben auch retourniert. Das Schöne dabei ist, dass wir hier eben kollaboratives Modellieren haben. Das heißt, wir haben die Entwicklungsorganisation und die Domäne, die gemeinsam etwas machen müssen. Das heißt, genau diese Interaktivität stärken wir. Und ich finde, das ist eine Sache, die an vielen Stellen zu kurz kommt bei der Betrachtung darüber, was das eigentlich ist, weil halt gesagt wird, naja, Event-Storming bedeutet, ich habe halt am Ende orangene Post-its, die halt Business-Events sind. Ja, stimmt. Aber ich habe halt auch einen Prozess, der dazu hingeführt hat und ich habe ein besseres gemeinsames Verständnis und eben gemeinsam daran gearbeitet. Was eben bedeutet, dass vielleicht nicht das Artefakt so zentral ist, sondern auch der Prozess und die Verständigung, die damit einhergeht. Andere Arten von kollaborativer Modellierung sind zum Beispiel Domain-Storytelling, Kontext-Mapping, sowas wie ein Business-Model-Canvas, Bauen- und Kontext-Canvas und verschiedene andere. Und zu dem Thema Event-Storming hatten wir tatsächlich eine Episode mit der Nicole Rauch, wo es eben um dieses Thema ging. Da gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie Specification by Example. Ich hatte auch eine Episode mit Stefan und Henning zum Thema Domain-Storytelling, ein weiterer Ansatz zur kollaborativen Modellierung. Und der Vorteil von kollaborativer Modellierung ist eben, dass es eine Technik ist, mit der ich die Domäne besser verstehen kann. Es unterstützt eine Kollaboration in einem bestimmten Kontext. Herausforderung ist, wenn ich mich zu sehr fokussiere auf das Artefakt und den Prozess, dann bekomme ich zwar das Artefakt, aber nicht die Kollaboration. Aber gerade das ist halt spannend. Ich kann halt sehen, wie Leute miteinander interagieren, ob das gut oder schlecht läuft, wo Optimierungspotenziale sind und so weiter. Zusammenfassung. Der Kern von Domain-Driven Design ist, dass die Domäne das Design treiben soll. Und ich glaube, das liegt über all diesen ganzen Dingen. Es ist halt so, dass wir nicht so sehr auf die technischen Dinge fokussieren, sondern eben auf die Domäne. Und das ist, glaube ich, die Basis. Und das sich vielleicht sozusagen über den Schreibtisch zu hängen, als halt das Motto und es halt auch zu, als übergeordnetes Thema der Entwicklung, der eigenen Entwicklung zu sehen, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich merke zumindest, dass ich eben an vielen Stellen genau darauf hinweise, dass die Domäne eben das Design treiben soll. Die Business-Strategie hat ein hohes Potenzial, aber ich bin mir nicht sicher, ob es unsere Aufgabe ist, darüber zu diskutieren. Mit Baune Kontexten bauen wir Module nach Funktionalitäten. Mit Technical Design bauen wir ein gutes objektorientiertes Design, aber nicht unbedingt wirklich Domain-Driven Design. Nur weil ich Klassen auf eine bestimmte Art und Weise benenne, bedeutet das noch lange nicht, dass ich eben tatsächlich Business-Funktionalitäten baue. Strategic Design, da ist die Frage, wie implementiere ich das eigentlich? Wie bekomme ich diese Kollaborations-Patterns hin? Und mit diesem soziotechnischen System ist die Antwort eben, es gibt halt keine einfachen Rezeptum, das umzusetzen, sondern es ist eben in der Umsetzung insbesondere schwierig, weil eben Menschen sich da nicht und Gruppen von Menschen sich nicht deterministisch verhalten und mit diesem kollaborativen Modellieren bekomme ich eben eine Möglichkeit, insbesondere Kollaboration zu erleichtern. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat euch das Video gefallen? Hat euch der Vortrag gefallen? Hinterlasst gerne einen Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch über Likes. Bis dahin.